Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Wir sind gerade gejoined und das Update ist da. Und das allererste, was ich mir natürlich angucke, ist Luna. Was brauchen wir? Reiner Energieüberrest, muss ich holen. Aus Tresoren, easy. Hochkonzentrierter Energieüberrest, das ist glaube ich genau der, den ich gestern geholt habe. Auch aus Tresoren. Und spezielles Biometall, das ist auch übel easy zu fahren. Also für alle, die das auf YouTube sehen, mega easy zu fahren, das spezielle Biometall. Ja, das hier ist das Beste. Einfach hier, da kommt ein Boss, am besten auf normal, den immer wieder wegklatschen und das kriegt er schnell zusammen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo es die Baupläne gibt. Dann ist interessant, was hat sich an dem Geheimgarten getan? Der könnte nämlich jetzt komplett OP sein. 35% Grid Chance ging hoch auf 50 und Grid Schaden ging auch hoch. Und man kann jetzt durchgedrückt halten. Könnt sein, dass der jetzt richtig, richtig krass ist. Ah ja, hier. 74% Grid Rate. Ja, die probiere ich mal ganz kurz aus, Leute. Guck mal, wie schnell. Guck mal, wie schnell. Alles Crits, alles Crits. Seht ihr es? Braun ist immer Crits. Alles Crits, alles Crits. Der Crittet einfach nur. Yo, okay. Einfach nur am Critten. Das könnte crazy werden. Also ich glaube, Geheimer Garten ist ein Geheimtipp, Leute. Guck mal, der ist nur am Critten. Es ist nur am Critten. Dann ein paar kleine Allgemeininformationen, die ich jetzt nicht unbedingt direkt zeigen kann. Wurden viele Sachen geändert. Zum Beispiel bei den Sondereinsätzen gibt es jetzt siebenmal mehr Lehrensplitter. Das war vorher ja. Letzte Woche wurden die Lehrensplitter überhaupt eingefügt hier in den Missionen. Jetzt wurde das um das siebenfache erhöht, die Drop Rate. Ganz viel Quality of Life Zeug natürlich. Das werdet ihr alle selber herausfinden. Das ist jetzt nicht so spannend. Eine Sache ist aber auch mega wichtig. Wie schnell man jetzt die Karte hin und her scrollen kann. Also auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Aber wir haben einen Monat lang mit echt langsamer Geschwindigkeit hier gespielt. Das ist ein Segen. Das ist auch einfach okay. Das Ding hier, das wird uns heute brechen. Und dann haben wir hier Schwer-Gierschlund-Abfang-Einsatz. Öh, einfach so lässt er das fallen. Dann lässt er einfach so fallen. Ist ja witzig. Okay, man muss einfach Gierschlund 81 AA. 10%! Zum Glück habe ich einen Stabi. Einmal den richtigen Hass in den Chat bitte. Ich will jetzt richtig Hass im Chat sehen. Der Scheiß-Streamer-Lacker. Hass. Also was würde Luna kosten? Einfach damit wir das mal wissen. 900 ist also einer der teureren. Fast 50 Euro. Und Ultimate Valby kannst du gar nicht einzeln kaufen oder wie? Das ist ja crazy. Ah, hier, Ultimative nachfahren. Kostet ganz normal wie immer 50, 60 Euro. Neue Skins. Oh! Ist das für alle? Valby. Ist das auch für Ultimate Valby dann? Ich sehe da schon ganz doll die Kreditkarten von dem einen oder anderen brennen. Okay. Starten wir das erste Teil in der Forschung. Luna Teil Nummer 1. Start. Ja, 1000 gibt er. Boah, es ist so knapp gewesen. Zwei Stück bekommen. Sehr schön. So, jetzt einfach direkt treffen, man. 30% Chance. Kann man schaffen. Jetzt gibt es eigentlich noch so. Welles Lichts. Und Ultimate Clay. Scheiße, verkackt. Zoe. Wieder 30% Chance. Bitte lass mich jetzt nicht zweimal verkacken. und mich nochmal die scheiß Emission da machen müssen. Äh, machen lassen. Let's go. Sicher? Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn das so ist, dann crazy gut. Dann heftiger Tipp. Lol, das macht ja gar keinen Sinn. Lol, das macht ja gar keinen Sinn. Irgendwie. Also, in meinem Kopf macht das keinen Sinn. So, 38% Chance. Yalla. 38% Chance. Das ist fast 50-50, man. Also, bei dem Spiel brauchst du doch irgendwann Wutbewältigungseminar oder so. I hate my life. I hate my life, Alter. Ich raste hier gleich vollkommen aus. Jetzt Lunas Code. Das, was cool ist, ist das hier. Walby und Viesa. Ja, aber was soll ich euch sagen? Die, also, erzählt sich meiner Freundin. Aber, die brauche ich. Nächste 30% Chance. Ich will nicht nochmal das Exil machen. Come on. Ich will nicht nochmal das Exil machen. Ach, danke. In zwei Stunden. Und ich war wirklich unlucky. Man kann das bestimmt viel, viel schneller machen. Brutal hat es vorgemacht. Innerhalb von zwei Stunden komplett Luna gefarmt. Ich möchte unter den YouTube-Videos niemanden sehen, der Luna gekauft hat für 20 Euro. Das ging wirklich einfach. Also, ich war schon unfassbar unlucky. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Aber, das kann man schon viel, viel einfacher haben. Und ich habe damit Luna durch. Ich könnte jetzt quasi beenden, habe den Bauplan und direkt starten. Ähm, das war wirklich nicht so schwer. Also, Luna braucht ihr wirklich nicht zu kaufen. Die 20 Euro könnt ihr euch echt sparen und damit eure Freunde zum Eisessen einladen oder so. Aber das ist wirklich unnötig. Hungerschall-Sensor gibt Giftwiderstand prozentual. Okay. Gewährt dir bei Fertigkeitseinsatz ein Stapel Fluss. Bis zu 50 Stapel dauert 20 Sekunden. Gibt es irgendeinen? Boah, wie ist er? Da kannst du richtig ballern. Ballern, ballern, ballern. Gewährt dir bei 1 aus einer verbesserten Fertigkeit, was auch immer das ist. Ein Stapel Welle. Bis zu 10 Stapel. Und 10 Stapel Fluss. Welle stellt MP pro Stapel wieder her, wenn ein Gegner mit einer einzigartigen Waffe getroffen wird. Verhandelt sich bei 50 Stapeln Fluss in Abstimmung. Abstimmung. Fertigkeitsdauer 1,79% pro Prozesse zum Max-N-MP. Modifikate der LP-Heilung 2,83%. Ich verstehe nur Bahnhof, Alter. Ich will nicht kaufen, aber jetzt muss ich. Ja, meint ihr, ich erzähle das hier zum Spaß? Einfach top und 15 Euro wert. Ob es das wert ist, das müsst ihr immer für euch selber entscheiden. Es gibt, das kann niemand für euch selber, das kann niemand für euch entscheiden. Das müsst ihr ganz alleine entscheiden. Ob es das wert ist oder nicht. Es gibt viele, die sagen nein. Ich bin auch eher der Meinung nein, aber lassen wir uns mal so sehen. Ich habe jetzt 280 Stunden gespielt. Gönn den Entwicklern doch mal ein bisschen was. Gönn den Entwicklern doch mal ein bisschen was. Let's go. Let's go. Über 32% muss man sich nicht so freuen, aber geil. Ein Teil da. Eins von vier. Das kann ich auch direkt in die Fertigung geben. Die Module habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Also Module. Was ist da neu reingekommen? Kälte, Kohäsion. Bei dieser Fertigkeit wird die Feuchtigkeit des Körpers augenblicklich komprimiert, sodass er hoch in die Luft springt und dann mit der Energie eines vertikalen Sturzes auf den Boden trifft. Wodurch die Archea-Feuchtigkeit explodiert. Das klingt unfassbar geil. Absoluter Nullpunkt. Lässt das Wasser in deiner Hand bis an die Grenze gefrieren. Versetzt es in eine schnelle Rotation und greift damit dann den Gegner an. Klingt auch übel nice. Lärmwelle. Guck mal, Luna hat tatsächlich nur zwei rote Module. Der Einsatz der Fertigkeit für Gegner in der Nähe schaden zu, stärkt aber keinen Verbündeten. Verleiht Luna eine stapelbare Stärkung, die bei jedem Stapel verbessert wird. Wird Verbündeten eine Stärkung gewährt, erhöhen sich Lunds Bewegungstempo und Fertigkeitenreichweite. Oh, das könnte krass sein. Der Stream ist vorbei. Deswegen nochmal ein paar kleine Worte von mir zum Update. Mit Season Update. Obwohl es keine Season ist. Mega cool. Ich habe beide Charakter jetzt gefarmt. Das geht wirklich einfach. Bis auf ein einziges Teil von Valby. Relativ easy zu farmen. Luna ging super schnell. Ultimate Valby ging super schnell. Deswegen mein Appell dann nochmal an euch. Gebt da keinen Euro aus. Das könnt ihr echt super farmen in ein paar Stunden. Oder auch in ein paar Tagen, wenn ihr nicht so viel Zeit am Stück habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir natürlich hier die Skins gezogen. Aber auch nur, weil der Chat das wollte. Skins auch sehr cool. Ich muss sagen, gelungenes Update. Viele coole Quality of Life Änderungen. Cooler Boss, coole Waffe. Die werde ich auf jeden Fall noch die nächsten Tage für euch bringen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich werde euch noch die Taktik zum Boss erklären. Und zeigen, so wie ihr es von den anderen Bossen auch gewöhnt seid. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.